einfach nur einfach nur schlagen wer ist ein raid ist natürlich ein raid ok wann wollen wir den mal verhauen ok der macht bleiben wir mal schön auf distanz wir halten auf jeden fall ordentlich was aus was war unser zweiter tod und Okay. nummer drei bleiben wir bleiben ein bisschen weiter weg hätte ich gesagt er dreht sich im kreis ich habe es nicht gerafft nummer 4 jeder tot signatus auf jeden fall ein drecksack ich kann ja nur schielen wenn die bei mir im team sind alles ein bisschen blöd die sind doch auch wirklich mit richtig nahe nehmen dran seine wenn der leider mich erwischt bin ich halt komplett wie viel wir bin jetzt gestorben fünfmal tolles event leute richtig tolles event in zehn minuten wie das ding verfällt das ding in raserei ich glaube wir wollen es nicht erleben wenn es in raserei gefällt nur so ein gefühl helige scheiße ich bleibe jetzt hier ganz hinten stehen so weit weg wie möglich andere meine main dinger hier nicht mehr machen aber das ist mir echt egal gut dass ich ein schild hatte der one handelt mich halt ne also ihr seht in kürze ok das ist schlecht dann können wir den bitte besiegen wieso steht da jetzt reset in kürze das gefällt mir gar nicht ich vergesse immer einen hellen nie jaja 7 8 9 7 10 10 10 10 10 11 Dieses Rezept in Kürze gefällt mir echt überhaupt nicht. Okay, komm, der hat noch 3 von den Dingern. Ja, der one-hated die anderen halt auch, ne? Schon krass, schon ein krasser Dude. Komm, letzte. Schild nicht noch mal sterben. Okay, ich bin jetzt bei diesem Event wirklich oft genug gestorben. Okay, wir haben das hier bekommen. Heute Aktion. Mindestgebot. Kein Plan. Was ist das hier? Davon habe ich keine Ahnung, Leute. Davon haben wir überhaupt gar keine Ahnung. Komm mal so und so und wir haben einen schönen Ring. Flinkheit. Guck mal. Zack. So und wir haben hier sowas bekommen. Blutung, verursacht Blutung. Das ist sehr geil. Das wollen wir hier anlegen. Naja, nicht da. Dann machen wir es weg. Das machen wir hier auf Dingsbums. Hier drauf. Blutung und Orkan. Zaubergeschwindigkeit. Machen wir hier drauf. Das ist der falsche Baum. Wächterlied. Sehr gut. Okay. Das war mein erstes. Dingsbums. Du kannst das im aktuellen Gebiet nicht spielen. Dann halt woanders hin. Das war mein erster. Mein erstes Event. Boss Stingen. Schwerer wie ich dachte. Zumindest wir werden gewonnen. Hättet. Das hat auch schon eine Nummer. Also One Hit tut auf jeden Fall weh. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs mitmachen. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Weil so oft bin ich echt noch nie verrückt in Lost Ark. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Hau da rein. Und ciao.